Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit Dungeons & Dragons Online. Wir befinden uns immer noch in Amrath und begehen die neuen Update 27 Questreihe und starten die nächste Quest Demon is Sold Heroic Elite. So, drinnen sind wir. 13.000, okay. Wir haben ja hier, die sind eigentlich echt gar nicht schlecht. In der letzten Quest, in der letzten Quest, die Armschienen bekommen, die sind echt gar nicht so schlecht. Seltio Plus 6, Dodge Plus 5, Seeker 4, Reflex Safe Plus 8, Empty Blue und ein Wrist Booster, also, äh, ja, MRA plus 1, echt gut. So. Dann haben wir ihn ab. A portal forms in the courtyard before you demon reinforcements start to pour into the area Same as me The portal collapses with the death of the last demon. Yet a new portal has begun to form in the courtyard below. The demons are determined to keep the codex page. Hello. Just started. Oh, wir haben aber schon fast da gerade. Was muss ich mal anstehen? Remnant hier? Two Remnant? Wow, we're looking hard in here. Yeah, the blades are nasty. No, I'm going to kill them for the Dead Barriers. You can already hit them. Ich kann mich nicht angreifen. Noch mehr. Mann, Mann, Mann. In the courtyard to the south. Ich kann mich nicht sagen. Die Schaffee-Klöse Die Schaffee-Klöse Die Schaffee-Klöse Die Schaffee-Klöse Die Schaffee-Klöse Das ist nicht so, dass du dich Aber noch ein Dämon-Klöse Die Schaffee-Klöse in der Köln-Klöse Hm, auch nett, hier. Oh, oh, oh. Ja, ich mag das nicht. Raids on the BG Vita could be fun. Scheiße, ich hab kein Hanna mehr. Was ist denn da? Shower, Fire, Reaver... Achso. Irgendein Mana trank? Ja. Ja. Ja, ich... Oooo. Geht es? Geht es gut, wir sind ja der Weh. Geht es gut, wir sind ja der Weh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, doch, da ist eine Kiste. Dann wollen wir mal reinschauen. Okay. Seitdem ich mir nicht sicher bin, ob jetzt hier was droppt, an Named, gut. Ähm, rollig hier mal nicht neu, sondern macht das nur in der Endkiste. Dann muss ich da nochmal bei Zeiten, die die OVG checken. Ähm, er greift ja schon an. Was ist das denn, ey? Evil Outsider Demon, okay. Hätte er aus wie so ein Tyrant von Rennen in Evil. The Glabra Zoom collapses, and the magic field protecting the Codex page fades. The page from the Codex of Infinite Plains hums with magic energy. But you can make nothing of the strange runes that cover it. You should return to Amrath and show it to the Archon who sent you here. Look, Fence. Look, Fence. Und schlecht. Okay, dann recallen wir aus Demon Assault. Und haben wir mal einen Helm gekriegt. Sehr schön. Ähm, ja, dann geht's gleich in die dritte und, ich glaub, auch letzte Quest auf Heroic. Der Raid ist leider nur für Epic. Den werden wir später dann irgendwie nochmal machen. Dann gehen wir gleich noch in die letzte Quest. Schaltet dann wieder ein. Bis dahin, bleibt mir treu. Euer Tito. Bis dahin, bleibt mir treu. 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 Bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.